Hallöchen zu Grundrosmo 7 mit dem Toyota 86 GT. Einstellungen sind wie gehabt und heute geht es zum dritten Race of Turbo nach Europa. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher ob es Spanien war. Zirkel des Rondequart im schönen Frankreich. Frankreich, Frankreich, Nananana. Sorry war so ein kurzer Anfall. Dann geht es schon mal los. Ich bin ein bisschen zufrieden. Das ist ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen zufrieden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020